Okay, episch. Episch ist okay. Episch ist ganz okay. Episch ist übertrieben. Okay, nochmal episch. Okay, okay. Ich sag dazu nichts. Okay, nochmal episch. Oh, ja, geht. Nochmal episch. Nice, okay. Übertrieben ist nice. Okay, nochmal episch. Legendary. Oh, neuer, neuer. Oh, das ist gut. Das ist übertrieben, ist gut. Neuer, legendärer, oha. Und ich dachte, ich habe alle legendärer. Oh mein Gott, ich dachte schon. Epische. Okay, das sind alle meine. Hier, damit ihr mir auch glaubt. Hier. Mein Account. So. Wir drehen mal weiter. Wir haben hier oben noch ein bisschen. Ja, 900 sind auch ganz ein bisschen. Okay. Und den liegen derer. Oh, den habe ich schon. Den habe ich leider schon. Habe ich den? Ja, habe ich auch. Ja, okay. Ich habe auch fast alle Epische. Habe ich alle Epische? Habe ich alle Epische? Da bin ich mir nicht sicher. Habe ich alle Epische? So, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich alle Epische habe. Also, ich bin zufrieden mit meinen Skins. Aber den Dynamitron habe ich eh schon. Also, es ist nicht so. Ich würde gerne den Saithaifun. Taifun? Ja, Saithaifun. Wie heißt der Typ? Saithaifun. Ich kann nicht aussprechen. Ja. Nochmal. Sie haben noch. Wir können noch 20 Mal drehen. Sollte mal ein Special Skin kommen. Oh, Link Dairy. Oh, super geil. Stimmt, ich habe mir den doch für. Ach, komm. Aber egal, den hatte ich eh schon. Okay, den habe ich. Entfernen Dragon habe ich auch gerade eben bekriegt. Sogar als Supplikat. Nein, Banana Guy, bitte. Nein, das ist der einzige Legendäre, den ich nicht habe. Alter, komm. Banana Guy ist einfach der gefühlte einzige, äh, was für Special Skin? Link Dairy, den ich nicht habe. Ach, komm, echt jetzt. Ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Mann. Ich bin ehrlich, ich hätte schon sehr gern. Banana. Nein. Warum? Ich weiß, den kann man ja gerade hier kostenlos hier kriegen. Wenn einer geil... Aber ich habe keinen Bock zu zocken. Und wir haben immer noch 600. Und wenn ich Glück habe, können wir nochmal 20... 10 Mal drehen. Warum? Warum? Warum ein Duplikat? Warum? Warum ein Duplikat? Wir können nochmal 20 Mal drehen. 20 Mal drehen. Nochmal 20 Mal drehen. Das Video wird noch länger. Das Video wird noch länger. 2 Mal drehen. Ach, komm, nee. Nee, komm. Nee. Sorry, Leute, dass es so gestartet hat direkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe direkt beim Drehen gestartet. Sorry. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wir gönnen diesen Saitai... Saitai... Saitai Schuhen. Oder wie der heißt, dieser Samurai-Gold. Ja, wow. Wir haben 1109. Ganz normal, ne? Nice. Ist auch ganz normal. Mich... Boah. Mich ärgert das gerade, dass ich... Dass ich den Duplikat... Ja, okay, eigentlich nicht, weil... Junge, es ist trotzdem 700 Double-Talks, aber... Ja. Komm, liegen der... Ach, komm. Den habe ich schon. Warum? Warum? Gönn doch Banana. Banana wäre richtig geil. Banana wäre richtig geil. Und sorry, Leute, ich bin ein bisschen heiser. Und ich dachte schon, wenn ich nochmal Duplikat hätte, dann wäre ich ausgerastet. Jetzt. Jetzt, jetzt. Wetzt, wetzt. 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 Man hört es, ich bin auf jeden Fall heiser. Wetzt. Trotzdem kann ich schreien. Oh Mann. So, jetzt besser. Okay, da ist wieder dieser Captain Gold. Aber ich möchte den Zeitteil... Zeit... Der Samurai, warte, ich zeige, wer ich nicht meine. Nein, ich bin in den Shop. Dann nehme ich meine Special Skills hier. So, hier. Den hier will ich haben. Den. Den. Hier. Den. Ta. Gönn doch. Bitte. Der heilige Samurai. Ich habe so ein Gefühl, das hat nichts gebracht. Ich bin so ein bisschen heiser. Aber es ist egal. 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 Okay, nice. Komm, 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 komm. Manchmal bin ich echt ein bisschen heiser, wenn ich so leise rede. Aber wenn ich normal, also laut besser gesagt rede, bin ich zwar zu laut, aber das finde ich heiser. Aber das tut in meiner Stimme weh. Aber egal. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich eine tiefe Stimme habe. Ach komm, duplikiert. Da war der doch. Hui. Das geht einfach die ganze Zeit vorbei, ne? Das geht die ganze Zeit vorbei. Boing. Ich wollte gerade sagen, ey, nee. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock, nochmal 20 Mal zu drehen. Das wird einfach XXL-Folge gleich. Lasst ein Like und ein Abo für mehr solchen Videos. Okay, wir können noch 20 Mal drehen. Das ist gut. Oh. Banana. Nein, 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 nein. Warum? King. Oh, ich bin der King, Alter. Ich glaube, das heißt was Gutes. Oh. Wenn erst ein Legendärer kommt, dann heißt es was Gutes. Okay. Ich habe so ein Gefühl, das... Nein, 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 nein. Warum? Warum? Banana. Banana. Ich dachte, das sah kurz so aus, als wäre das dieser Grüne. Gebt mir den Grün. Nein, nein. Oh mein Gott, ich wollte kurz sagen. Ein bisschen nervig. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich gleich nochmal 10 Mal drehen kann. Wie viele Mal habe ich schon gedreht? 100 Mal? Das muss ich gleich mal zählen. Also, Leute, ich blende mal... Nein! Hier unten im... Hier unten im... Hier jetzt mal ein, wie viel Mal ich insgesamten Video gedreht habe. So. Ach, komm. Das macht gleich Kabumm bei mir. Kabumm. Okay, das heißt was Gutes, dass ein Legendärer gekommen ist, oder? Okay, nein, du hast es nicht. Habe ich den? Ach, komm. Warum wenigstens den? Komm, wenigstens duplicate. Duplicate. Ich stehe jetzt kurz vor dem Legendären. Legendary. Oh, zum Glück. Wenigstens ein bisschen mehr Duplicates. Kann ich noch 10 Mal drehen? Ja, kann ich. Was für ein Zufall. Okay. Okay. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Oh, Mann. Warum? Warum tust du mir das an? Aber ich hatte heute echt viel Lack. Weil... Jo, ich habe heute schon zwei Spächer-Skins gezogen. Mann, ich wollte den. Oh, wenn ich den kriege, habe ich wirklich alle Spächer-Skins, die ich brauche. Wenn ich den gekriegt hätte, ne? Ich wäre über alles glücklich. Nein, nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum, warum, warum? Ich dachte... Mann, warum habe ich Nein gesagt? Ich bin so doof. Warum sage ich Nein? Okay, ich kann noch... Fünf Mal drehen. Oh, Mann. Ich hoffe, wenn ich fünf Mal kriege, ich etwas Gutes. Okay. Okay. Legendary. Ist gut. Ist auf jeden Fall gut. Nein, bitte. Nein. Nein. Ich sage dazu einfach nichts mehr. Muss ich denn noch dazu was sagen? Ach, komm. Ich bin mal, kann ich jetzt noch drehen? Nur zweimal? Oh, Leute. Ich werde pleite. Ach, komm. Sogar noch ein Duplikat. Danke. Duplikat. Wie viel Mal kann ich jetzt drehen? Einmal. Okay, Königin. Königin. Duplikat. Ich kann wieder einmal drehen. Leute, das wird... sehr... sehr... doof. Da ist der Druck. Da ist das Skelett, da ist das Skelett, da ist das Skelett. Kann ich aber wenigstens noch mal drehen? Nein. 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 Sag mir nicht, bitte. Dann drehen wir zum Abschluss noch einmal an dem Draht. hoffen, dass ich den Eins-Böck-Skin kriege. Sieht aber so schön der Scheiß aus. Oh, Gott. Wir können wenigstens noch mal am epischen Glücksrad drehen. Geil. Oh, 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 oh. Banana, wenigstens Banana. Oh, 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 oh. Mann! So knapp. So knapp. Oh, Mann. ja okay leute das ist mein spinn nach dieser folge ich habe sehr viele skins gezogen das seht nicht der war aus dem stammelpas den ich mir heute geholt habe so der hier der hier der hier so welchen welche habe ich heute gezogen den hier habe ich zwei dreimal gezogen und den hier okay das war auch ein sammelpasst aber wir haben den den und den wir haben zwei neue special skins also haben wir 1 2 3 4 5 6 8 9 special skins und uns fehlen nur noch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 special skins 7 8 also haben wir ungefähr die hälfte und diesen skelett dragon da versuche ich mal mein glück kurz gönn 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 egal wir können noch mal im epischen glücksrad drehen super ne einfach super und wir können nicht mehr drehen ok leute dann würde ich sagen das war es mit dem video vergiss dich zu liken und zu abonnieren und die glocke zu aktivieren keine videos mehr zu verpassen dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video tschau tschau